Ich habe noch eine Frage, wann geht es los? Jetzt wird es los. Okay, wenn du mit Dünnschüssgelaber aufhörst. Drei, zwei, eins. Hallihallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Staffel von Craft Attack 6. Wow, damit hat alles begonnen. Wow, 9.12.2018, was für ein Hype. Craft Attack 6 und ich durfte dabei sein. Vielen lieben Dank an all die Leute, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank, liebe Community, für euren Support, für eure vielen tollen Kommentare zu dem Projekt. Vielen Dank an all die Leute, die mit mir zusammen gemacht haben, gearbeitet haben. Ayosa, Spark, Klüm, alle Leute aus Tech Town, alle Leute, die mitgemacht haben. Die Zeiten, die waren so cool. Es war so viel Spaß gemacht, mit Unge zusammenzuspielen, mit ein bisschen mit den anderen zusammenzuspielen. Da, der Stadt Rot, Gomme, wer war noch dabei? Noah war dabei, das hat übelst viel Spaß gemacht. Early zu ärgern hat Spaß gemacht. Mit Kevin zusammenzuspielen hat mega viel Spaß gemacht. Und die anderen Bauwerke zu bewundern und zu sehen, das wird Spaß machen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen Finale, zum großen Ende. Ich bin ganz stolz, dass Craft Attack doch so viel Spaß gemacht hat und dass ich dabei sein durfte. Und hier stehe ich jetzt auf dem Bett. Ich darf es jetzt, ich darf hier auf dem Bett herumspringen. Das darf man ja eigentlich nicht. Jetzt darf ich das, ich darf auf dem Bett herumspringen, denn ich bin alleine auf dem Server. Das Projekt endet ja irgendwann. Irgendwann ist ja mal gut, irgendwann ist ja mal Schluss. Kevin, der ist ja immer noch dabei, hier ein bisschen zu bauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er schon fertig ist oder nicht fertig ist, aber eins habe ich mir vorgenommen. Wenn jetzt alles beendet ist, das Projekt zu Ende ist und jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, dass wir sagen können, okay, wir schreiben jetzt Jahre 2019. März, Craft Attack hat nun ein Ende gefunden und die ganzen Bauwerke wurden größtenteils fertiggestellt. Liebe Zuschauer, ihr seid jetzt gefragt. Ihr seid dran, denn in Bälde gibt es für euch den Download-Link und auch dann habt ihr die Möglichkeit, hier selber weiterzubauen, die Sachen zu reviewen. Ich bin schon echt gespannt, ob es überhaupt Leute geben wird, die das reviewen werden und ich hoffe, dass denen auch unsere Base gefallen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall da alles Mögliche anschauen. Ich weiß noch nicht, wann es genau die Map zum Download gibt. Da werde ich aber noch mal eine Rücksprache auch noch mal mit Early halten. Und sobald ich da was weiß, werde ich euch das auch über meinen YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann dürft ihr gerne mich kostenlos auf YouTube abonnieren. Aber jedem von euch ist es freigestellt und ich gehöre auch zu den YouTubern, die da nicht nachbetteln. Das heißt, es ist mir egal, ob ihr mich abonniert oder nicht abonniert. Die Tatsache, dass ihr gerade mein Video schaut und dass es euch Spaß macht, hoffentlich, was ich hier euch zeige, das ist für mich das Wichtigste und das Allerwichtigste von allem. Liebe Leute, die Zeit in Craft Attack war schön. Wir haben so viel Tolles erlebt und wir haben uns neulich mit Ayosa 100 zusammen dieses wunderschöne Haus angesehen, in dem, wo uns jetzt gerade befinden, unsere Hauptbase. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist, ich möchte auf eine Erkundungsreise geben. Janus, Ayosa 100 war so nett und hat mir seinen Eulitren geliehen. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen und werden in den nächsten Folgen mal uns den gesamten Craft Attack Server angucken. Wir werden nicht alles sehen können, weil ich auch von vielem nichts weiß. Aus diesem Grund bitte ich euch schon mal jetzt, das zu entschuldigen. Ich werde in der letzten Folge euch nochmal die Gelegenheit geben, dass ihr da schreiben könnt, was wir vergessen haben. Wir werden definitiv etwas vergessen. So, aber nicht nur genug dessen. Wir werden auch noch zusätzlich, beziehungsweise ich werde ein bisschen was über die Leute sagen, denen wir uns angucken. Ich werde mir sagen, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Verbesserungsvorschläge finde ich irgendwie unangebracht von mir, da ich selber ja auch nicht die perfektionende Person bin. Deshalb, ich werde einfach sagen, was ich so von der Person mitbekommen habe. Ich werde so ein bisschen, ihr kennt ja dieses Warmduscher-Spiel aus der Grundschule noch, wo man nette Sachen über den anderen sagen muss. Der Geo-Craft, der ist voll doof. Das war das Netteste, was man zu mir hätte jetzt sagen können. So, und ich werde ein bisschen was dazu sagen und ich werde das so ein bisschen nach meinen Kriterien bewerten. Und ich glaube, das darf ich, weil ich bin der schlechteste Bauer von allen. Und der schlechteste Erbauer von allen, der, Moment, ich verwechsel hier was, egal, ich darf das auf jeden Fall. Ich werde mir das Recht jetzt herausnehmen, ein wenig zu bewerten, was die anderen gebaut haben. Ich werde es eh niemals besser machen können. Aus diesem Grund, das sei jetzt schon gesagt, wenn ich über irgendetwas kritisiere oder meckere, ja, und jemand von euch schreibt, mach es doch besser in den Kommentaren, ja, dann ist die Antwort gleich schon, ich kann es nicht besser machen. Deshalb, alles, was wir hier sehen werden, ist besser als das, was ich bauen kann. Trotzdem möchte ich doch ein bisschen so das bewerten, was wir hier haben. Sagen, was ich toll finde, sagen, was ich schlecht finde und euch nochmal auf eine wunderschöne Tour hier durch den gesamten Server zu nehmen. So, wir befinden uns gerade in unserer Base, die kennen wir schon zu Genüge, hoffentlich. Werden uns allerdings jetzt eine Etage tiefer bewegen. Zum Ende werde ich auch meine Items, also ich werde mich komplett ausziehen und alles in eine Kiste legen, sodass ihr auch später im Download mein Inventar zur Verfügung habt. So, wir gehen jetzt in die Lobby des Nethers. Hier gäbe es tatsächlich eine kleine Kritik. Und zwar finde ich schade, dass die nie so richtig ausgebaut worden ist. Das finde ich auf jeden Fall cool gemacht hier von Stadtrot. Ah, ist das alles noch gar nicht geladen oder ist das Schild einfach leer? Ich glaube, das geht zu Stadtrot oder? Uh, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall cool gemacht. Gut, man hätte sich hier ein bisschen mehr Mühe geben können, diese Lobby zu gestalten, aber Spargia hat sich auch schon viel Mühe gemacht. Also viele Leute haben das hier ausgebaut und beleuchtet und das ist ja auch erstmal das Wichtigste. So, ich gehe aber hier nicht grundlos rein, weil das Einzige, was ich mir machen möchte, ist, ich möchte mal ganz kurz eben oben anfangen bei eines der essentiell wichtigsten Dinge des gesamten Projektes, unsere XP-Farm. Komm, seien wir mal ehrlich, die hat irgendwie jeder am Projekt genutzt. Und eins ist sicher, in der nächsten Folge oder in der nächsten Staffel Craft Attack werde ich anders agieren. Ich werde mir höchstwahrscheinlich ein kleines Camping-Auto machen, in dem ich so ein bisschen Kisten und so ein Kram unterstelle. Und dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht mit wieder jemandem zusammenarbeite, aber Ziel wird es sein, dann dort, so, komm mal, alle, ja, komm, hallo, Ommis, hier brav, sei mal artig. So, dann wird es Ziel sein für mich, möglichst viel mitzuhelfen, mitzubauen, weil jetzt ist diese Farm hier perfekt und so möchte ich sie in der nächsten Staffel Craft Attack auch bauen. So, was haben wir hier? Wir haben eine Farm, bei der Pigments hier oben spawnen und nachdem ich einmal eins angeklatscht habe, sind die alle irgendwie böse auf mich. Und weil die so böse sind, rennen die alle auf mich zu und, ja, verenden hier in dieser Kammer, weil hier ist ein kleines Räumelchen und in dem Räumchen, da, ja, ist das überlebend ein bisschen schwierig für die Damen und Herren der picktastischen Pick-Armee hier, denn dort sind ganz, ganz viele Minecarts gestackt. Und ihr solltet über Minecraft wissen, wenn zu viele Dinge, Entitäten, wie wir in der Fachsprache sagen, auf einem Ort maximal sind, fängt Minecraft an, diesen Dingen Schaden zu geben, bis sie verschwinden. Und deshalb, seht ihr, hier sind ganz viele Minecarts, die Pigments, die, oder die Piggies, die fallen da rein und die kriegen jetzt saftig Schaden durch Minecraft. Und wir müssen jetzt hier einfach nur stehen bleiben und erhalten die ganze Zeit XP. So, und diese XP, die füllt jetzt hier unsere, unsere Lytren auf. Wir warten mal ein bisschen, das dauert doch schon ein bisschen länger als erwartet. Aber wir sehen, doch, da sieht man es ein bisschen, 96, komm. So, irgendwie, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade nicht so viel XP rauskommt. Doch, da kommt ein bisschen was. 320. Ihr seht, also ich wurde da ein bisschen, ein bisschen aufgeheizt. So, das kann sein, dass ich das jetzt häufiger machen werde, nochmal so in der Zwischenzeit. Ich wollte es euch auf jeden Fall nochmal gezeigt haben, da das eines der wichtigsten Sachen ist hier in Craft-Attack. So, und jetzt fangen wir mal an mit der Erkundungstour. Und bei wem könnte man nicht besser starten als bei unserem bescheidenen Nachbar, Onkel Spark, dem Tony Spark. Das heißt, die heutige Folge, ich versuche das jetzt auch so ein bisschen folgend zu unterteilen, schauen wir uns die Residenz des Sparks an. Und es regnet gerade und wir befinden uns gerade hier am Durchgang. Das war nämlich bestens getimed und bestens überlegt von mir. Wir befinden uns jetzt gerade hier hinten von Spark beim Eingang. Wir sehen da vorne den Hubschrauber gerade am Landen. Er ist gerade abgehoben, er ist jetzt gerade dabei, das Projekt zu verlassen. Spark, tschüss, auf Wiedersehen. Lässt er mich hier einfach im Regen stehen. Ach, egal. Aber irgendjemand muss ja da sein, der sich diese majestätische Residenz anguckt. Was Spark hier gebaut hat, ist eine Nachbildung eines Hauses aus Iron Man 3. Ein toller Film, toller Charakter Iron Man allgemein. Und Tony Stark heißt er. Daher kommt auch dieses Wortspiel Tony Spark. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. So, und wir gehen als erstes nach unten in die Garage. Hier sehen wir schicke Autos. Sparky 321, wunderbar. Ein Motorrad hat er auch noch gebaut. Und ein etwas moderneres Sportauto. Ein bisschen so ein Formel 1 Look hat er es gebaut. Mit einem Spoiler hinten dran. Eine Mercedes G-Klasse. Darf natürlich auch nicht fehlen. Eindeutig Mercedes G-Klasse, aber sowas von. Und was haben wir hier noch so schönes? Ein kleines BMW Motorrad. Ja, fein. Wunderbar. So, aber hier haben wir eine Tür. Und soweit ich in Erinnerung habe, muss man sich hier für ein paar Sekunden hinstellen. Und kurzerhand später öffnet sich diese Tür. Doch, diese Tür wollen wir jetzt nicht passieren, sondern erstmal den eigentlichen Haupteingang dieses Konstruktes nehmen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat es Spark die nachgebaut von einer von, weiß ich nicht, irgendwo kann man die sich angucken. Aber allein diese Leistung zu schaffen, das Ganze nachzubauen, ist schon bolle, bolle schwer. Und wie man sieht, Spark, der hat sich ordentlich Mühe gegeben, das alles einzurichten. Und wir sind jetzt hier gerade im Hauptwohnbereich seiner Villa. Fangen wir mal hier an der Seite an. Das ist so der kleine Seitenflügel. Dort ragt es rüber zu uns und unserem Eingang. Ein bisschen hier ist eine kleine Gartenanlage. Wunderbar. Hier kann man sonst noch reingehen. Dann haben wir hier ein kleines Badezimmer, ein offenes Badezimmer mit einer offenen Dusche. Ja, okay, kann man machen. Also, warum nicht? Wenn ich Gäste habe zu Besuch und die sind da in meinem Wohnzimmer, können die mir beim Duschen zugucken. Aber gut, naja. Und ein paar kleine Fischis mit drin, finde ich ja drollig. Eine Toilette, finde ich auch geil. Weil, Besuch, kannst du Besuch beim Machen zugucken. Naja, aber gut. Sieht auf jeden Fall erstmal ganz nice aus. So, was haben wir hier Schönes? Das ist der Sportbereich. Da kann man sich ein bisschen sportlich betätigen. Das ist cool gemacht auf jeden Fall. Das ist natürlich, Spark, der geht natürlich immer sehr gerne auch ins Detail bei solchen Sachen. Und Spark, den kenne ich auch so. Der macht alles immer sehr gerne realistisch. Der versucht sich alles so realistisch wie eben möglich zu bauen. Der hat hier den kleinen Computerschreibtisch hin. Und ein Flügel hat er gemacht, sich sogar die Mühe gegeben, hier ein Notenbuch hinzustellen. Mehr oder weniger finde ich nicht schlecht. Wo ich doch immer den Flügel aber immer sehr gerne mit Schienen sehe. Weil das ein bisschen mehr an die Tasten aussieht. Aber das ist jetzt Klagen auf höchstem Niveau. Dafür bin ich ja bekannt. Dann, bevor ich jetzt hier im Haus erstmal weitergehe, sollten wir uns diese Hafenanlage da unten angucken. Denn, die gibt es ja auch noch. Wir sehen, wenn wir jetzt mal von vorne kommen. Einmal hier die Runde drehen. Und wir kommen jetzt von hier. Haben wir hier einen relativ großen Hafenbereich. Die Idee war es mal, dass unser Haus da irgendwie angeschlossen wird. Aber wurde nicht. Also, okay, why not? Und hier ist dann der Eingang zu Sparks Haus. Und wir sehen hier ein paar Erbringsel aus dem Nether. Hat das Nether-Schiff hier nachgebaut. Nochmal einen anderen kleinen Kahn hier gebaut. Aber wegen des Sauwetters werden wir uns jetzt erstmal in das häuslichere Gemäuer wieder zurück reinwagen. So, der Fahrstuhl, der bringt uns direkt nach oben. Der ist noch aus Kindheitserinnerungen hier stehen geblieben seit den ersten Folgen. Und Spark hat sich erstmal Mühe gemacht, das Ganze hier terraformen. Große Glotze haben wir hier mit einer kleinen Küche hier dran gebaut. Echt nett gemacht. Soweit auch ein paar Speisen auf dem Tisch. Das sieht doch sehr wunderschön aus auch hier. Nochmal ein kleines Regal auf der Seite. Hier oben haben wir dann die etwas größeren Tieranlagen inklusive einer Bar. Mit einem echt freudig erregten Barkeeper, der es nur zu erwarten kann, mir eine Virgin Collada brauen zu können. Auf das sei dann nötig. Ich hätte ein... Tom. 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 Ja. Ja, Tom. Ich möchte gerne eine Virgin Collada haben. Tom. Eine Virgin Collada. Tom! Ach, er mag mich nicht. Er mag mich nicht. Ja, Tom. Das ist... Ja, ja. Ich muss ja auch gar nicht so blöd rumspringen. So, wir haben hier noch ein paar Piepmätze hier drin. Wunderschön. Oh, da gab es noch so viel. Da ist viel passiert. So, dann haben wir hier ein großes Aquarium. Und da geht es gleich runter in die Kellerräume, die wir gleich begutachten werden. Dann geht es aber hier nochmal auf eine weitere Terrasse, die außerdem noch verbunden ist. Hier mit dem Hubschrauberlandeplatz und der Lama-Höhle. Fragezeichen? Ausrufezeichen. So, unten gibt es noch einen Ladenbereich. Außerdem gibt es noch einen Pool hier. Wusch. Oh, herrlich. Ein Pool. Sehr nice gemacht auf jeden Fall. So, auch nochmal hier. Der Abhang. Und der Spark hat sich auch noch Mühe gemacht, diesen ganzen Berg hier zu terraformen. Bevor jetzt die Phantome kommen und mich wieder des Todes plaggen, werde ich mich wieder zurück ins Warme und Trockene begeben. Und nun nicht wie er Fahrstuhl, sondern auf trepplichem Wege die unteren Stockwerke dieses Hauses aufsuchen. So, gut, so hat gesagt, getan. Kommen wir hier unten an und befinden uns nun bei eben jener Tür, die wir vorhin in der Garage hatten sehen können. Auch hier das gleiche Öffnungs- und Schließprinzip. Man stelle sich hier hin, wartet ein paar Minütchen und da stellt man sich hier hin. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht entsinnen. Da war es gewesen, wie es funktioniert oder wo es ist. Wie es funktioniert ist relativ simpel. Wir haben da einen Kugelfisch, der sich aufbläht und dann eine Tripwire berührt. Hier haben wir noch einen kleinen nicht ausgebauten Teil des Hauses. Das ist der Vorderbereich. Ein kleines Labor, in dem die Anzüge von Donnie Spark erstellt werden. Ganz süß gemacht auf jeden Fall hier mit den Klapptischen, den ganzen Schalterknöpfen und noch verschiedenen anderen Goodies, die der Onkel Spark hier mitgenommen hat. Du, die Enderperlen, die sind meine Enderperlen, die sind meine Enderchesten, nicht, dass jetzt heißt, ich stehle. Das sind meine. So, dann hat er hier noch eine kleine Mini-Braumaschine gebaut. Ja, ist nett. Und natürlich eine Ofenanlage, die mit diesem fürchterlichen Teppichduplizierer funktioniert. Möge er gehasst sein von mir. Ich mag den Teppichduplizierer nicht. Aber gut, egal. So, dann das große Lager. Jo, Spark hat es auf jeden Fall wissen wollen und hier ein richtiges Lager mit richtiger Sortiermaschine gebaut. Aber nicht genug dessen hat er auch noch sich die Mühe gemacht, hier ganz viele verschiedene Farben reinzubauen. Da haben wir zum Beispiel einmal eine Schildkrötenfarben. Wir haben einmal eine Zuckerrohrfarben hier. Und viele weitere Farben, die wir sehen können, wenn wir uns eine Etage tiefer begeben. Hier haben wir nochmal die ganz großen Farbenräume. Wir sehen hier haben wir eine Kelbfarben. Wir haben hier eine Breedingfarm, eine automatische Breederfarm. Und wir haben hier rechts nochmal eine Kaktusfarm. Das ist nochmal Teile der Schildkröteneierfarben. Wir haben hier eine Melonenfarm. Da vorne haben wir eine Farm für... Was ist das? Das ist eine Verkleidung hier, die Spark da reingehauen hat. Was wird denn dahinter produziert? Scheint eine Mushroomfarm zu sein, könnte ich mir vorstellen. Sieht mir verdächtig nach Mushroomfarm auf. Also, ich würde wetten, dass das eine Mushroomfarm ist. Wo ist meine Silk-Touch-Spitzhacke? Genau. Meine Silk-Touch-Spitzhacke. Mit der kann ich ganz vorsichtig mich mal hier durchgraben. So. So. Das ist jetzt einsortiert worden. Okay, alles klar. Ja, das ist die Mushroomfarm. Alles klar. So. Jetzt habe ich ein bisschen was über für Sparky. Sparkys Glas. Was mache ich damit? Ich packe es mal da vorne rein. Dann wird es ins Lager gebracht. Sparky hat ja alles hier ganz raffiniert so gebaut, dass es eingelagert wird. Ja. Über Fahrstühle, über Wasserstraßen und alles Mögliche. Dann hat Sparky noch mal so einen kleinen Villager-Shop gemacht. Wenn man den Schalter hier umlegt, dann ploppen hier die Villager in einer Wave raus. Sieht auf jeden Fall nice aus. Und dann gibt es, glaube ich, noch mehr zu erkunden. Nein, das war schon alles. Warte, warte, warte. Da bin ich jetzt aber gerade nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Doch, es gibt ja noch einen Beacon unten. Hier ist der Rückweg nach oben in den oberen Bereich. Alles klar. Nach unten, nach unten. Genau. Und dann gibt es da vorne noch einen Durchgang. Lass mich lügen. Hier ist es. Genau. Da ist er. Und der bringt uns nach ganz unten zu seinem Shop-Bereich. Und es gibt noch eine Zwischenebene. Ich werde jetzt nicht alle Secrets und Geheimnisse des Hauses erkunden können. Das dürft ihr auch nicht von mir erwarten. Aber ich weiß, dass es hier noch eine Zwischenebene gibt. Ah ne, das war ja die Ebene. Okay, alles klar. Man sieht, alles ist doch irgendwie miteinander vernetzt und verbunden. Das ist doch echt schön. Dann hat Spark hier unten noch diesen großen Shop-Bereich gebaut und auch einen Teil der City Hall ausgebaut. Was haben wir hier schönes? Hier haben wir nochmal einen Weizenraum mit Villager innen drin. Sehr nice. Das heißt, das ganze Haus versorgt sich von der Leide. Und wir haben hier unten den Shop, wo man sich Items kaufen kann. Uncle Sparks Shop. Auf jeden Fall nice gemacht. Die Villager-Farben haben wir hier mit den Wappen aus Hogwarts, Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor und Ravenclaw. Wunderbar. Und Spark hat hier außen noch ein kleines Industriegelände gebaut. Hier haben wir eine kleine Industriemaschine. So ein Potpourri aus. Ein paar Farmen, die wir hier eingestellt haben. Niedlich gemacht auf jeden Fall. Schöne Sache. Und hier hat er sich nochmal redlich Mühe gegeben, einen kleinen Garten aus verschiedensten Dingen zu designen. Wir haben hier einen Trident, der vor dem Hause steht. Sieht doch alles echt schick und gelungen aus. Und damit wären wir auch schon in Tech Town. Und das ist schon echt ziemlich beeindruckend, wenn man hier so durch Tech Town durchgeht. Spark hatte noch hier und da was gemacht. Hier zum Beispiel die Bratwurstbude. Und hier lasse ich diesen Part enden. Im nächsten Part werden wir uns Tech Town ein wenig genauer angucken. Und einmal dann diesen Berg besteigen. Und mal schauen, was wir dort finden. Manchmal kann es sein, dass sich von einigen YouTubern Sachen nicht zuordnen werden können. Lasst das schon mal jetzt entschuldigt sein. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.